hallo und willkommen zurück zu lego harry potter collection jahre 1 4 so heute machen wir level 4 auf 100 prozent die verbotene abteilung zum zur letzten folge da brauchten wir weil uns ja ein wappenteil und ein charakter gefällt hat brauchten wir einen dunklen magier und da habe ich jetzt dann noch offline noch einen freigeschaltet so dass ich es machen konnte wo man den einen von denen freischalten kann das zeige ich dann auch noch separat wir fangen jetzt erstmal an die verbotene abteilung ich habe den snap hier freigeschaltet das ist einer von der schwarzen magie das ist auch ein wichtigerer charakter um die sachen noch mit freizuschalten werden wir auch häufig brauchen nehmen wir jetzt gleich mal mit und starten das ganze mal so wir gucken uns das mal wieder um wir brauchen ja wieder ganz viele münzen natürlich auch was wir hier erledigen können die fackeln kann man nichts mit machen wir müssen wieder finden da ist einmal ein stuhl zum kaputt machen und gebraucht hat es aber jetzt nichts außer münzen aber münzen brauchen wir ja eh und mass auf diese bücher müssen wir achten dann greifen wir uns an da müssen wir... ich ver... boah ich bin mir grad nicht mal ganz sicher wie wir die nochmal vernichten konnten aua... 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 ja die killen uns instant so hier haben wir was zum zusammenbasteln warte mal... ich muss kurz gucken... was könnte man die nochmal zerstören nein genau nicht hier ist doch gar nicht das nö... anscheinend nicht ok... dann gucken wir mal weiter ah... jetzt kommen wir nicht an die münzen ran nein alles los katze da war doch noch mal eine münze jawoll so hier haben wir einen charakter herrisch schlafanzug so im nächsten part haa... hau ab äh äh jetzt kommen wir erstmal die jemine ne ist doch nicht an was mein das... muss ich schon mal killen ne 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 ich weiß sie ja genau das umhangen und weg ist er so warum gerne auch schnell weg die aufhören zu nerven ja gut jetzt brauchen wir die hermine so haben wir das erste wappenteil damit lässt uns so da haben wir einen kessel zunächst wir gehen jetzt mal da hoch hoch ein paar münzen so was wir hier ein drache und am vogel ich kann mich kaputt machen Da haben wir einmal das Eis. So, wo hat er hier was kaputt gemacht? Alles oben? Jetzt gehen wir mal. so hier brauchen wir jetzt zum beispiel den schwarzen magier der kann das dann also jetzt brauchen wir das noch einfach alles kaputt hinterher verbirgt sich nämlich ein wappenteil wieder so das war es da oben noch was im bild machen es war nur dafür darum hochzukommen können wir noch was machen gut hätten wir das theoretisch weiter will aber ganz kurz noch mal gucken hier haben wir auch alles fertig ich nehme natürlich noch mit da haben wir alles gemacht und dann gehen wir erst mal weiter hier ach guck mal da die blumen etwas vergessen 4 von 6 so hier oben das habe ich auch noch nicht gemacht oder? ok dann kommen wir ja weiter so erstmal natürlich wieder die ganzen Münzen sammeln na komm her will er nicht dann machen wir es gleich anders das ist natürlich das Münzen ne? so erstmal hier weiter ok verstehe mal deine Münzen bitte uns fehlen noch einiger Münzen ne? kannst du mal bitte Harry sorry oh sorry so hier sind noch Münzen hier noch? ne gut das brauchen wir dann auch gleich für hier oh mein Kollege kommt hier so hier haben wir eine Kuckucksuhr oh ja oh ja und da haben wir unseren Helfer hier befreit lass doch mal Harry los so hier haben wir einen Schlüssel und dann halt mich zappt 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 so hier haben wir eine Schlüssel hier haben wir wieder viele Bücher ne? ok das hat mir was gut gemacht ok nehmen wir uns schon mal den Schlüssel schon mal reinstecken so dass weiter kommt nicht so wir brauchen und schließt mal auf weil hier gibt es nämlich dann wieder was und es ist der der uns die ganze zeit jagt hier sind die letzten blumen dann kriegen wir nämlich noch gleich unseren uns fehlen doch ganz viele münzen so ein wappen findet uns noch alles hier rein auch katze und los das hast du so kränkt schon so jetzt brauchen wir wieder unseren Ausstützern das wars ok so dann gehen wir mal hier hoch und ah ne geht er gar nicht wieder erstmal weg Katze ok können wir den Büchern was machen nö können wir hier noch was machen nö ähm warum geht das aber nicht ähm warum geht das aber nicht wir müssen einmal noch hier hoch da gibt es nämlich noch Münzen habe ich gesehen und wir können noch was runter stoßen ah ja jetzt kommen wir jetzt weiter ok das hätten wir das hätten wir das noch was fehlt uns eigentlich noch helfer haben wir ein Wappen ah hier sieht man aber jetzt nicht ob man schon alle Charaktere hat ne aber ich glaube einer fehlt uns noch soo ok hier brauchen wir die drei Spinnen kann man die eigentlich noch kaputt machen kann man die eigentlich noch kaputt machen und ich glaube wir haben es jetzt auch zu 100 prozent außer die Münzen ich hoffe es geht noch weiter wir haben doch alles an Münzen gefunden was ging oder ich glaube wir sind gleich fertig ich habe schon irgendwas vergessen hier kann doch eigentlich nicht sein kann doch eigentlich nicht sein alles an Münzen gesammelt das Ding hier noch irgendwas hier war noch was ok das hatten wir schon oh da waren noch ein paar Münzen versteckt ach guck mal hier das kann ich auch zerstören wir dürfen nichts vergessen hier jetzt ich glaube hier ist ähm hier sind die Münzen Mangelware hier sind die Münzen Mangelware hier sind die Münzen Was ist das eigentlich? Hä? Guck mal hier. Was soll ich mit der Spinne machen? Bill? Das hab ich ja schon. Ich wusste mal hoch. Woah. Woah. Oh. Puh. Das ist aber jetzt auch nicht viel, ne? Geh mich mal kurz hoch, Spuddy. Das geht gleich schnell allein. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ah, guck mal hier. Ah, okay, wir sind durch. Hätte ich mal weiter durchgehen sollen, ne? Dann wären wir schon fertig. So. Dann gehen wir noch hier den Rest durch und dann haben wir das auch auf 100%. Ich bin böse. So. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Toll. Ist das auch mal ein Baukomplex? Stecken dran. Stecken dran. Und Baradzauberer sind wir auch. Okay. Dann hätten wir es auch. Stühlein geht da und auch. Wunderbar. Gut. Dann würde ich sagen. Nächste Folge. Nächstes Level. Bis dahin. Ciao, ciao.